Okay, ähm... Ja, ich würd sagen, wir gehen einfach mal raus. Guten Morgen, Welt! Und alle, die sie bevölkern! Wo ist seine Stelle? Stiles will, dass ich meine Handynummer hinterlasse. Ich sollte darüber mit Mrs. Dalton reden, bevor ich gehe. Oh, das hab ich vergessen. Pass auf! Das war der Tatendrang! Küche. Ah, jetzt kann ich auch mit dir sprechen. Das ging vorhin ja nicht. Das hat mir doch tatsächlich ein Eichhörnchen weggeschnappt. Echt übel. Das können ganz schöne Quellgeister sein, nicht wahr? Also, ich gehe jetzt eigentlich nur so glatt durch, ne? Was war das nochmal? Ach, das war die Karte, genau. Wir können auch einfach springen, statt immer nur zu den Ausgängen zu gehen. Was ich sagen wollte... Will ich ins Mikro pusten? Nein, das wollte ich nicht sagen. Ähm, wir gehen mal auf den traditionellen Weg raus, um Zeit zu sparen. Also, um Zeit zu schaffen, damit ich etwas sagen kann. Eigentlich ist es bei diesem Spiel so, ähm, dass man bestimmte Dinge anklicken muss, wie etwa hier der Brief, damit es weitergeht, damit man mit ihr sprechen konnte. Das ist ein kleiner Nachteil an dem Spiel, ähm... Aber wer sowieso gerne sucht und alles mitnehmen will, für den wird das kein Problem sein. Ich bin ohnehin der Meinung, es ist schwer, dieses... Das, was dieses Spiel so toll macht, die Atmosphäre zu erfassen, in einem Let's Play. Ich habe es damals auch in einem Let's Play gesehen. Was mich letzten Endes dazu bewegt hat, ist, zu spielen, selbst zu kaufen und zu spielen. Und ich habe es nie bereut. Deswegen mache ich das. Ich will euch dazu bewegen, dieses Spiel zu spielen. Oder wenigstens Leuten davon zu erzählen. Ja, ich mache Werbung. Stellt euch vor. Aber ich bin nicht gekauft. Ich habe euch eben einen Kritikpunkt verraten. Sollten wir vielleicht mal machen, von Zeit zu Zeit. Das ist also Oxford. Nicht schlecht. Ich muss genügend Studenten für das Experiment zusammenkriegen. Aber wenn ich schon mal hier bin, kann ich mich auch ein bisschen umsehen. Vielleicht finde ich ja hier in Oxford irgendwas, das mit dem Daedalus-Club zu tun hat. Ja, ich höre schon auf. Ist ja gut. Hier sind NPCs, können wir nicht ansprechen. Eine Telefonzelle. Brauchen wir nicht. Bushaltsstille. Nee, das werden wir nicht. Hier können wir zurückgehen. Carefax Tower. Ja, quasi das, was sie gesagt hat. Na, Telefonzelle? Ja. Im Moment gibt es keinen Grund, die Telefonzelle zu benutzen. Am Ende kommt noch Dr. Hu. Das wollen wir ja nicht. Ein dampfender Gulli. Willst du nicht dazu sagen? Ein dampfender Gulli. Na gut. Schild mit Wappen. Wappen. Okay, Wappen. Nein. Jedes College hat sein eigenes Wappen. Wirklich stilvoll. Jesus College. Naja. Gut. Sie hat gesagt, wir wären in St. Edmund Hall. Dann gehen wir mal Queen Street oder Corn Market Street. Wir arbeiten uns hoch vom Markt zu Queen. Ein dampfender Gulli. Ein dampfender Gulli. Nein. Okay. Das hier ist nicht Edna, bricht aus. Ähm. The Black Wand. Hat nichts mit diesem Sexspielzeug zu tun. Cool. Ein Zauberladen. Der schwarze Umhang. Heißt das, glaube ich? Nee, Vorhang. Vant ist ein Vorgang. Geh nochmal rein. Ich meine, was soll passieren? Nein. Tja. Hier haben wir schon wieder dieses orangene, blaue. Das hört mir jetzt erst auf. Und ich habe das Spiel schon zweimal durch. Also. Ich werde übrigens nicht alle Lösungen können. Weil manche sind doch speziell und man kann sie vergessen. Aber egal. Houdinis Porträt. Also, der sieht nicht aus wie ein Hase. Porträt eines Magiers. Sieht aber nicht wie Harry Houdini aus. Sieht aber nicht... Ein Automat. Wir sind 32, wenn ich mich richtig erinnere. Nur mit 21. Und. So etwas sollte man vorsichtig angehen. Erstmal sehen, was der Ladenbesitzer dazu sagt. Und was haben wir hier? Das ist das Symbol des Daedalus-Clubs. Hm. Ob das wohl weise ist? Ja, hallo. Das ist doch ein Rätselautomat vom Daedalus-Club, oder? Ist es das? Wirklich mysteriös. Das ist ein Rätselautomat vom Daedalus-Club, richtig? Ich habe das Symbol erkannt. Ach ja? Was könnte schon eine Amerikanerin wie Sie über den Daedalus-Club wissen? Ich bin schon fast zwei Jahre in Europa und kenne auf dem Kontinent viele Straßenzauberer. Ah, das habe ich mir gleich gedacht, als ich Sie gesehen habe. Schauen Sie genau hin. Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Sehr gut, meine Liebe. Mein Name lautet Mephistopheles. Und wie heißen Sie? Samantha Everett. Sam. Aber mein Künstlername ist Lady Byron. Nein, noch nie gehört. Nun ja, ich bin noch nicht lange in England. Du hast noch nie von Ada Lovelace gehört. Also wegen des Daedalus-Clubs. Ich weiß, dass Sie in London einen Dinner-Club haben. Sind Sie auch hier in Oxford? Gehört Ihnen vielleicht sogar dieser Laden? Wie zur Zeit der Römer sind wir hier nur so etwas wie ein kleiner Außenposten und haben mit der Sache selbst nicht viel zu tun. Ich habe gehört, dass Sie öffentliche Spiele Rätsel- und Schnitzeljagden veranstalten. Gehört dieser Rätselautomat auch dazu? Vielleicht stellen Sie ja solche Dinger gerne an geeigneten Plätzen auf. Vielleicht? Ich habe damit nichts zu tun. Ach, und was ist damit? Ähm, vielleicht? Sie sind bestimmt neugierig und wollen wissen, was ich über den Daedalus-Club weiß. Ich kann es gar nicht mehr erwarten. Sie wollen doch einen alten Mann nicht zappeln lassen? Oder etwa doch? Letzten Sommer habe ich in Rom mit dem großen Skapelli zusammengearbeitet. Er hat mir viel erzählt. Der große Skapelli? Rote Haare und Knoblauffahne? Der alte Gauner, der am liebsten Tricks mit Hühnern vorführt? Ja, das ist er. Er hat wirklich Talent. Oh, das weiß ich. Er hat gesagt, dass der Daedalus-Club der geheimste Club für Magier und Illusionisten auf der ganzen Welt ist. Alle großen Meister sollen dort Mitglied sein. Ach, wirklich? Und welche exklusiven Informationen hat er noch preisgegeben? Wer dem Club beitreten will, muss eine meisterhafte Inszenierung, wie eine überzeugende öffentliche Täuschung oder einen legendären Trick durchziehen. Er selbst arbeitet schon seit Jahren daran, hat sie aber noch nicht perfektioniert. Ach, das kommt leider nicht selten vor. Aber Hauptsache, man hat mal angefangen, nicht wahr, Miss Everett? Und eine passende Gelegenheit könnte dieser Rätselautomat sein. Da haben Sie wohl recht. Danke. Ich nehme an, wir sollen den Rätselautomaten ausprobieren. Jetzt dürfen wir drücken. Puh, Knöpfchen drücken. Nein. Nein. Verdammt. Nein. Und hier ist was rausgekommen. Das ist ein Rätsel des Däderlos-Clubs. Mein erstes. Das ist ein Rätsel des Däderlos-Clubs. Der Lohn des Verräters. Fünf Goldstücke. Im Herzen der Gelehrten, hoch über hoch über der Queen thronend, finde den Ort der Aussicht auf dem Quadrifurkus, dann Feuer, Wasser, Erde, Wind und das Fünfte wartet am End. Wo die Seelen auf ihren Schöpfer treffen, zusammen weisen sie auf einen Ort. Gib dort den Namen desjenigen ein, der seine Seele für 30 Silberlinge verkaufte. In dem Rätsel geht es unter anderem um das Herz der Gelehrten. Ist das eine bestimmte Gegend in Oxford? Ich kenne mich hier in der Stadt nicht aus. Ich vermute, damit ist das Herz der Universität gemeint. Also die Gegend, in der Sie gerade sind. Aber mit meiner Hilfe dürfen Sie nicht rechnen. Aus mir kriegen Sie nichts raus. Wenn ich Ihnen helfe, woher wollen Sie dann wissen, ob Sie des Spiels überhaupt würdig sind? Und das Spiel Ihrer? Das kriege ich schon alleine hin. Nichts für ungut. Was passiert, wenn ich das Spiel gewinne? Was passiert? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Wir spielen es. Spielen! Wir spielen ein Spiel in einem Spiel. Das ist wie eine Erzählung in einer Erzählung. Wie bei Hamlet. Naja, wir sind in Großbritannien. Also schauen wir uns mal weiter um. Hier müsste es doch nur noch genau das Fahrenregat geben. So. Zerbrechbarer Stab. Dieser Zauberstab lässt sich zerbrechen und im Nu wieder reparieren. Dieser Zauberstab lässt sich zerbrechen und im Nu wieder reparieren. Hier liest sie dann selbst vor. Dieser Zauberstab lässt sich zerbrechen und im Nu wieder reparieren. Nehmen wir nicht mit, wie es aussieht. Das Standardutensil eines jeden Zauberers. Zum Verändern der Augenfarbe ohne jede Form von Glas. Der einzige Unterschied zu echtem Blut besteht darin, dass man Kunstblutflecken leichter wieder herauswaschen kann. Hm, kommt auf die Produktion an. Jeder mit dieser Tinte verfasste Text verschwindet nach einigen Minuten wieder. Mhm. Diese Handschuhe sehen zwar vollkommen normal aus, haben aber eine sehr anziehende Wirkung. Jeder Gegenstand bleibt an ihnen haften. Die Seiten dieses Würfels können mit einem unauffälligen Knopf vertauscht werden, damit sie deiner Vorhersage entsprechen. Dieser Zauberstab... Okay, hier ist also nichts. Naja, nichts, nichts, was wir brauchen. Okay. Hier unten nur Sachen. Der Inhalt dieser Flasche wird fest, wenn er mit Salz in Kontakt kommt. Hm. Wird fest, wenn es mit Salz in Kontakt kommt. Fällt mir gerade nicht ein, was das sein könnte. Dieses kleine Gerät erzeugt ein entsprechendes Geräusch, wenn man den Knopf auf der dazugehörigen Fernbedienung drückt. Dieses kleine Gerät erzeugt ein entsprechendes Geräusch, wenn man den Knopf auf der dazugehörigen Fernbedienung drückt. Schredder, Hilfe, okay. Oh. Zum Festmachen von Flügeln, Bärten und anderen Kostümerweiterungen. Hautkleber, wenn man es gerade nicht sieht. Mit einem kleinen Schalter auf der Rückseite der Schachtel kann man bestimmen, ob der Teufel herausspringt oder nicht. Zum Verändern der Augen... Alles Geld, das in den Münzschlitz dieses Kastens gesteckt wird, verschwindet in einem versteckten Bereich. Man darf aber nicht vergessen, danach das Geld wieder zurückzugeben. Ein gewöhnlicher Magnet. Klassisch. Das Standard-Utensiv... Das Stand... Nein, das hatten wir schon. Äh, haben wir schon. Ein Telefonspion funktioniert aber nur bei eingehenden Anrufen. Wenn man diesen Daumen über den eigenen Daumen steckt und mit Hautkleber festmacht, wird er niemandem auffallen. Ich glaube, wir haben alles erledigt, was es hier zu tun gibt. Raus. Die Ladezeiten werde ich wohl übrigens nicht rausschreiten können. Gut. Samantha. Gibt's ein Buchladen? Kann... Müsste ein Buchladen sein. Gut, dann auf zu Queen Street. Ach ja. Ist das nicht auch wieder ein bisschen orange? Blau? Naja, mit Fantasie vielleicht. Studenten! Juhu! Studenten! Studenten! Frischfleisch! Die kommen zum Doc. Hey, du hast einen Zettel verloren. Was? Schau mal, falls du heute Abend noch nichts vorhast, kannst du dir mit diesem Job 15 Pfund pro Stunde dazu verdienen. Jeder Student ist doch knapp bei Kasse, oder? Das ist echt leicht verdientes Geld, mein Freund. Der war gut. Was meinst du? Das ist ein Witz, oder? Stichwort Styles? Experiment? Nein, Stichwort 15 Pfund. Was ist denn daran so lustig? Ah, du meinst es wirklich ernst. Wer für ein Freak arbeitet, kann nur selbst ein Freak sein. Schönen Tag noch. Na ganz toll. Scheinbar arbeite ich für Graf Dracula. Verdammt! Du vielleicht? Hallo? Das solltest du dir nicht entgehen lassen. Hinlegen und entspannen und dafür auch noch bezahlt werden. Falls du Lust auf den Job hast, kann ich dich gleich in die Liste eintragen. Dr. Styles, bist du wahnsinnig? Aber du würdest auf der Liste stehen. Toll. Achso, ich kann schon wieder... Okay, okay, okay. Ich dachte, sie sagt wieder etwas. Dann diesen netten Herrn. Was gibt's? Die Chance deines Lebens. Oder zumindest den größten Spaß, den du jemals in einer Zwangsjacke hattest. Kleiner Neurobiologen-Witz. Das glaube ich kaum. Du wirst niemanden finden, der dumm genug ist und sich auf ein Experiment mit Styles einlässt. Das garantiere ich dir. Ach ja? Ich werde schon Leute finden, die dumm genug sind. Oder vielleicht auch nicht. Tja, wenn alles zu schön klingt, um wahr zu sein, dann ist das wohl auch so. Tut mir leid, Houdini. Ich hab's versucht. Willkommensparty für Erstsemester auf dem Campus von St. Edmund Hall. Das ist heute Frischfleisch. Ein Hoffnungsschimmer. Nach drei Absagen in Folge ein Hoffnungsschimmer. Wir haben gesehen, ein neuer Ort wurde hinzugefügt. Aber da werden wir erst in der nächsten Aufnahme hingehen. Wir haben gesehen, ein neuer Ort wurde hinzugefügt.